Geschlechtergerechte Sprache Geschlechtergerechte Sprache hat prinzipiell die Funktion, Frauen in der Sprache sichtbarer bzw. auf die Kategorie Gender aufmerksam zu machen. Dies wird etwa durch einen sogenannten Gender Gap, einen Stern oder das Binnen-I symbolisiert. Sicher gibt es einige, mitunter auch viele absolut nachvollziehbare Beispiele, wo es Sinn ergibt zu gendern. Allerdings gibt es Strömungen aus dem Bereich der Kulturwissenschaften, denen auch das nicht genug ist. Sie versuchen, die Zweigeschlechtlichkeit in der Sprache komplett aufzulösen und fordern einen Ausstieg. Exit Gender also. Vertreten wir diese Ansicht zum Beispiel von Lan Hornscheid. Hornscheid, die eine Professur für Genderlinguistik an der Humboldt-Universität in Berlin innehatte, möchte weder als Mann noch als Frau wahrgenommen werden und fordert, dass dieser Umstand auch in der Sprache darzustellen sein soll. Mit dem X als Zeichen für den Exit sollen all jene Wörter bezeichnet werden, die auf das Geschlecht hinweisen. So wird aus Professorin oder Professor, Professex. Und nein, wir reden hier nicht von Sex im herkömmlichen Sinne, noch von Professor X aus den Marvel Comics. Hornscheid meint das alles aber bierernst. Dass das Ganze nicht nur umständlich, sondern komisch bis peinlich klingt, wird an nahezu jedem Beispiel deutlich, dem das ominöse X verliehen wird. Dr. Rex, Professex, Studierex, klingt alles irgendwie nach Asterix oder Jurassic Park oder eben X-Men, nur ohne dabei cool zu sein. Es wirkt ein wenig wie eine kindische Spielerei, wird aber an Unis gelehrt und von Medien ernsthaft rezipiert. Um zu erkennen, dass diese Sprachpolizei-Ideen auf einer fanatischen Ideologie fußen, muss man sich nur die Seite von Hornscheid ansehen. In einem langen Text wirft sie etwa Angelina Jolie vor, dass diese sich die Brüste rekonstruieren ließ, nachdem sie sich diese aufgrund eines erhöhten Brustkrebsrisikos amputieren hat lassen. Hornscheid meint tatsächlich, dass das einer Einfügung in die Zweigeschlechtlichkeit und in die Art, wie weiße heterosexuelle Männer Frauen wahrnehmen, gleichkommt. Hornscheid schreibt, Was soll man da noch sagen? Sich mit langen Hornscheid zu beschäftigen, ist für mich ähnlich nervig, wie die Lyrics und die Aussagen von Kollegah und Farid Bang intensiv zu studieren. Irgendwie alles ziemlich autoritär, verbissen, verbohrt und fanatisch. Ob Hornscheids Ansätze mit Wissenschaft etwas zu tun haben oder dem Thema Gender in der Sprache wirklich dienlich ist, kann doch stark bezweifelt werden. Was meint ihr zu dem Thema? Habt ihr schon von dem Begriff Exit Gender gehört? Schreibt es mir in die Comments. Ciao!